Eigentlich ist das die Umarmung der Begegnung mit dem Tödlichen. Komm herbei, du Erlöstes aller Sorgen. Denn wie könnte man das Leben ertragen, wenn man nicht die Hoffnung hätte, dass es irgendwann einmal damit zu Ende sein würde. Der Horror ist nur die Vorstellung, dass es nicht zu Ende sein kann, sondern die ganzen zerlegten Bestandteile sich dann wieder neu synthetisieren müssen, die neuen Umtransformierungsprozessen wieder unterworfen werden. Aber zum Glück ist eines sicher, das wird das individuelle Lexikon, das individuelle Erleben nicht betreffen, sondern immer wieder auf einer Tabula rasa beginnen müssen. Also, zum Glück ist es, dass es die ganze Zürich ist ja jetzt schon eine Begegnung des Blasen. Aber zum Glück ist es sogar ein, wie es sich wieder auf dem Schuss